Hilde und die Glocken der Amazon Das ist eine Phase, wo ein Film sozusagen in jedem kleinen Segment, in jeder Einstellung genommen wird und diese Einstellungen aufeinander angepasst werden. Dabei werden die Farben korrigiert, es werden die Lichteinstellungen so weit wie möglich digital vielleicht noch ein bisschen optimiert. Es geht darum, dass das Ganze homogen wirkt, aber es geht auch darum, einen sogenannten Look zu erzeugen. Der Look ist die visuelle Identität eines Filmes und heutzutage kommt eigentlich kein Film mehr ohne aus. Das ist für uns eine gewisse Hürde. Hilde ist das Prequel zu Xoro und so stolz wir auf unseren Barbaren Film noch sind, er ist nun auch ein paar Jahre alt und wir haben seitdem viel dazugelernt. Jetzt wollen wir also diese visuelle Identität behalten, wollen aber nicht dieselben Fehler machen müssen, die wir damals halt gemacht haben. Wir sehen uns also mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass der Film genauso aussehen soll, ohne genauso auszusehen. Daran arbeiten wir gerade. Das ist eine unspektakuläre Arbeit und insofern haben wir auch relativ wenig von uns hören lassen. Es ist halt eine sehr minutiöse Arbeit, Einstellung für Einstellung, alle 17 Szenen des Films entlang. Aber es muss halt gemacht werden. Die nächsten Schritte werden uns sicherlich wieder spektakulärer, da geht es dann um die Musik und das Wiedereinsprechen der Dialoge, um die Spezialeffekte. Aber wir kommen gut voran. Unser Ziel ist nach wie vor, diesen Film 2014 fertig zu kriegen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Hoffentlich auch wieder häufiger, als es jetzt sich in diesem und dem letzten Videoblog gewesen ist. Aber wir halten euch auf dem Laufenden. Bleibt uns gewogen, wir arbeiten weiter dran, auf das wir vielleicht dieses notfalls nächstes Jahr uns alle zusammen hinsetzen können und gemeinsam Spaß haben werden, wenn wir ihn sehen. Wenn er soweit ist, Hilde und die Glocken der Amazon. Bis dahin, von mir aus, alles Gute.